Was hättest du jetzt nicht gemacht, wenn du in Quarantäne gewesen wärst heute? Wie würde so ein Tag bei dir aussehen und wie sah er heute am Ende des HS aus? Ja, eigentlich ganz normal. Ich bin ja nicht in Quarantäne und ich bin ja ganz normal Polizeibeamter und gehe einem geregelten Dienst nach. Und ja, ich bin heute ganz normal an der Dienststelle gewesen. Da sind natürlich auch Auflagen, dass man nicht mit ganz vielen Kollegen zusammen ist, dass man sich aufteilt, dass man Abstand halten muss. Und ja, da bin ich heute gewesen und habe ganz normal einen Dienst verrichtet und bin gerade dabei, einen Podcast an den Start zu bringen in der Verkehrserziehung. Das soll am Freitag an den Start gehen, so wie es aussieht. Da kann man schon mal ein bisschen Werbung für machen. Das ist für Kinder, Verkehrserziehung. Der Verkehrskastbar kommt jetzt in die Häuser der Kinder und weil man ja die Verkehrserziehung nicht mehr in die Schule bringen kann aufgrund der Schulschließung, haben wir jetzt den Weg eingeschlagen. Hast du denn einen Schiedsrichter-Vorbild, wo du sagst, das war ein Schiedsrichter, der hat mir immer imponiert von dich? Nee, habe ich in der Tat nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir nie einen Schiedsrichter als Vorbild genommen. Ich habe es immer so gemacht. Ich habe mir immer von dem, bei dem ich mitgefahren bin, von der Amateurklasse an, immer was abgeguckt. Also es war immer schon, war auch der erste Tipp, den ich mehr oder weniger von einem ranghöheren Schiere bekommen habe. Versuch dir von jedem das Beste abzuschneiden und entwickel deinen eigenen Stil. Das ist so das, was mir immer gesagt wurde. Ich habe mir jetzt keinen rausgepickt und habe gesagt, der, der, der damals, das waren große Schiedsrichter-Typen und die fand ich jetzt mega und die wollte ich unbedingt als Vorbild haben. Ich habe nie dieses klassische Vorbild gehabt, wo ich gesagt habe, das ist genauso wie der will ich sein. Ibrahim fragt, was war deine größte Panne als Schiedsrichter? Meine größte Panne war, ich habe die bei Bergerdorf 85 gegen die anderen, da habe ich meine gelbe Karte vergessen, weil ich in der Halbzeit auf der Toilette saß und dann ist sie mir aus der Hosentasche gefallen. Ich habe die gelbe Karte in meiner Hosentasche und da wollte ich mal schön einen verwarnen und habe aber gemerkt, als ich ihn verwarnt wollte und dann hinten reingepackt und dann, ich wollte ihn verwarnen und habe gemerkt, gelb ist nicht da. Ich sage, scheiße, was machst du jetzt? Dann rausgerannt zu Tarek Kimiri, das ist mein Assistent damals gewesen, auch lange Jahre Hamburger Schiedsrichter, auch müsste bekannt sein, ein Hamburger Schiedsrichter-Szenar Tarek Kimiri, beobachte ich jetzt auch. Und der hat mir eine gelbe Karte gegeben und dann habe ich vorsichtshalbe nochmal hinten reingegriffen und habe gemerkt, ich habe auch keine rote mit. Wo die war, weiß ich nicht, aber ja, war ein Hamburger Oberligaspiel. Es waren nur 300, 600 Zuschauer da. Gibt es bald eine DJ-Challenge gegen Dennis Eichel? Ja, ich weiß nicht, ob wir da nochmal irgendwas starten müssen. Was würdest du denn auflegen an Musik? Was ist so deine Hip-Hop, House, Chill-Out, Klasse? Cordula Grün, Badi Ogin und was habe ich noch am Start? Nein, Quatsch, also ich höre alles querbeet. Ich bin jetzt echt kein, ganz ehrlich, das, was ich da mal auf Instagram rausgedonnert habe, an meinem Keyboard, das sind voreingestellte Rhythmen und da habe ich da dreimal auf den Knopf gedrückt und dann war gut. Ich meine, du musst auch die Knöpfe erstmal finden, ohne Frage. Aber ich habe mir gedacht, das, was der IT-King kann, das kann ich schon lange. Der dreht da dreimal einen englischen Regler rum und lässt sich davon hinten ableichten und ist der große DJ. Das ist unfair und macht ja immer den hier. Da werde ich wahnsinnig. Diese DJ-Kultur, die denken, die sind die allergrößten. Wie siehst du das ganze Thema Video-Shitsrechter? Ich kann mir vorstellen, dass ihr alle super happy seid, dass es diese Unterstützung gibt. Wie bist du mit dem Verlauf zufrieden, sodass es jetzt ins Leben gerufen wurde? Wann meinst du, ist das auf einem perfekten Level, dass das so eins zu eins... Ist natürlich für alle Fußballfans irgendwie ein bisschen eine verrückte Situation, aber letzten Endes ist ja Fußball mittlerweile auch ein Milliardengeschäft. Und warum, wenn wir diese Hilfsmittel haben, darauf verzichten? Wie siehst du das ganze Thema? Also ich sehe das ganze Thema positiver. Man muss ja dazu sagen, das waren ja die Schätze da, die die Einführung des Videoassistenten wollten. Das waren ja die Vereine, um den Fußball gerechter zu machen. Und das ist auch nachvollziehbar, weil wenn man mal einen dicken Bock geschossen hat oder einen abseits nicht gesehen hat, dann wäre es schon ganz gut, wenn sowas korrigiert ist und das wird es ja auch. Aber wie gesagt, für mich ist das eine Hilfestellung und ich kriege halt keine Tomaten mehr im Laufe der Woche in irgendeiner Zeitung auf die Augen gedrückt, weil diese ganz dicken Böcke, die werden halt nie wieder passieren und das ist auch gut so. Und trotzdem bleibt ein Diskussionsbedarf da, merkt man ja immer wieder. Aber den wird es immer geben, weil auch dort einfach der Ermessensspielraum da ist und über den streitet man sich halt. Man sagt, man will halt alles klar und strukturell und strikt regeln und das wird nicht funktionieren, weil der Fußball vom Ermessen lebt. Deswegen ist der Fußball so cool und so spannend und so emotional und das macht das Ganze aus. Deswegen glaube ich einfach, dass die Diskussionen immer bleiben werden. Man muss sich halt immer mehr daran nähern, dass die Diskussionen geringer werden und nicht, aber du wirst sie nie, es arbeit Menschen an dem Projekt und dann wird es auch immer Fehler geben und immer Interpretationsspielraum. Die wird es immer, immer geben und daran muss man sich einfach gewöhnen.